Hinter den Laboren Ein Roman von Jörg Bergstedt Erschienen im Seitenhieb Verlag Teil 6 – Die Polizei agiert Es ist ein alter Menschheitstraum, nicht zu altern und nicht zu sterben. Mit einer bahnbrechenden Entdeckung in den Laboren der Spezialfirma BioGeronto scheint er Wirklichkeit zu werden. Doch Komplikationen treten auf, die Technik wird teuer und es bedarf der Forschung an Embryonen. Gesellschaftlicher Widerstand regt sich. Üblicherweise kein Problem für modernes Firmenmanagement, denn soziale Bewegungen sind handzahm geworden. Doch diesmal verläuft die Sache anders. Die Branche gerät unter Druck und macht Fehler. Laborbaustellen werden besetzt, dann zerstört. Auch die Polizei nimmt ihre Gegnis zu leicht und muss lernen. Eine Sonderkommission ermittelt. Das Drama nimmt seinen Lauf. Zwischen Spurensicherung, Vernehmungen, öffentlichen Debatten und Strippenziehen hinter den Kulissen der Forschungsförderung entwickelt sich ein Krimi der besonderen Art. Glauben Sie ja nicht, die fantastische Erzählung könnte irgendetwas Wahres enthalten. Zum Zweiten. Diese Baustelle ist besetzt. Zwei Tage später war Dannis Zuversicht widerlegt. Das U-Pad weckte Nermin unsanft. Ein Blick auf das Display zeigte ihr, die Einsatzzentrale rief an. Und es war erst kurz nach 5 Uhr morgens. Etwas Wichtiges musste passiert sein. Frieda war bereits vor Ort. Er stand neben zwei Kollegis und schaute nach oben. Die Dämmerung zog unendlich langsam herauf, jedenfalls kam ihm das so vor. Von unten sahen die Menschen auf dem Baukran wie Spielfiguren aus. Die müssen eine saugeile Sicht auf das ganze Geschehen haben. Neidisch? Heute soll es sonnig werden. Die sehen das bestimmt schon herbei. Hört sich so an, als wolltest du gerne mit ihnen tauschen. Frieda schwieg und spürte die kalte Luft. Fröstelnd stand er auf sicherem Boden, genauer im halbgefrorenen Matsch. Normalerweise flößte schon die Uniform und seine Bewaffnung den Menschen ausreichend Respekt ein. Aber hier stand er ohnmächtig herum. Zweimal hatte er laut zu den Zwergen hinaufgerufen. Aber die hatten sich gar nicht um ihn gekümmert. Dass es denen noch kälter sein musste als ihm und ihnen vielleicht die Finger froren beim Umgreifen der kalten Metallstreben, tröstete ihn kaum. Gleich würden die ersten Sonnenstrahlen hervortreten und aus dem kalten Nachtquartier in windiger Höhe einen wunderschönen Aussichtsplatz machen. Jedenfalls für einige Stunden. Eigentlich sollte Mensch die da oben vergammeln lassen, formulierte sein Kopf einige Gedanken. Aber irgendwie fühlte er auch Bewunderung für die ihm noch unbekannten Aktivistis. Dieser Propagandatempel für die Jungkur, die doch nur den Reichen diente, war ihm selbst ein Dorn im Auge. Er würde mit seinem mittelmäßigen Gehalt sicher nie in den Genuss der Erfindungen kommen. Trotzdem stand er jetzt hier und verteidigte, was ihm nicht nutzte und er selbst nicht mochte. Jedenfalls versuchte er es. Viel zu machen war ja nicht. Die ganzen Aktivistis sah er von seinem Platz aus nur aus einiger Entfernung. Oben auf dem Kran, auf Dächern und Mauern der halbfertigen Gebäude. Sich mit ihnen zu unterhalten, machte zudem wenig Sinn, weil er sie ohnehin zu nichts bewegen konnte. Unten am Einfahrtstor hatte sich eine Person festgekettet. Ihr Hals und die beiden nebeneinanderliegenden Streben der Torhälften waren von einem stabilen Schloss umgeben, sodass weder das Tor zu öffnen noch die Person wegzubewegen war. Auf der Rampe, die zum im Bau befindlichen Gebäude führte, saßen zwei Personen angekettet in einem großen Betonklotz. Frieda hatte schon mit netten Worten versucht, sie zur Aufgabe zu bewegen, aber die beiden hatten nur signalisiert, sich selbst gar nicht befreien zu können. Jetzt wartete er auf ranghöhere Polizeikräfte. Er war mit fünf Kollegis schnell vor Ort gewesen, aber die Aktivistis waren schon auf ihren Posten. So blieb nur zugucken und abwarten. Oben auf dem Kran packten sie ein Megafon aus. Kurze Zeit später krächzten Parolen und mittellange Erklärungen von oben herunter. Noch waren die Fußwege entlang der Straße und der gegenüberliegende kleine Platz recht leer. Demnächst, wenn der Alltag von Arbeit und Konsum in die Stadt einziehen würde, hätten die lautstark verbreiteten Sprüche hier aber Zuhöris. Ja, ich bin gleich da, gab Nermin schlaftrunken dem Drängen der Einsatzzentrale nach. Ja, aber bitte erst mal ins Präsidium. Wir sollten klären, wie wir vorgehen. Gut, bis gleich. Ich will einen Kaffee zum Empfang. Den brauchen wir auch. Die Juppets trennten sich. Kurz danach traf sie an ihrer Dienststelle ein. Die Lage wurde besprochen. Anscheinend haben die in der Zwischenzeit geübt, spielte Nermin auf die gescheiterte Besetzung vor einigen Monaten an. Zusammen mit Melana würde sie rausfahren, um die Lage zu sichten. Zwei andere Beamtis würden für die Ermittlungen rund um die politischen Aktionen vorübergehend abgestellt, um den wachsenden Arbeitsaufwand zu bewältigen. Das ist ja jetzt schon eine richtige Serie. Wie ist die Lage in Leipzig? Haben wir schon überprüft. Alles wie gestern. Scheint, als bekommen die tatsächlich zwei solche Aktionen zur gleichen Zeit auf die Reihe. Mindestens. Was soll denn das heißen? Nichts. Nur, dass wir das schon mal falsch eingeschätzt hatten. Naja, wirklich sicher waren wir uns da ja wohl nicht. Die beiden Ex-Staatsschützis verließen das Präsidium und fuhren zur besetzten Baustelle. Das Außenteam mit Jose war inzwischen auch geweckt worden. Es sollte in einer Stunde nachkommen. Als Nermin die Baustelle erreichte, hatte der Tag seine volle Helligkeit erreicht. Mehrere Transparente hing hoch in der Luft am Baukran. Inzwischen schön angestrahlt von der Sonne, die vom fast wolkenfreien Himmel herableuchtete. Der Zugang zum Gelände war nur zu Fuß möglich, aber das ohne Probleme. Einige Meter neben dem Eingang war ein kurzer Sprung über einen kleinen Graben nötig. Hier, wo Fahrzeuge nicht fahren konnten, war ein Zaunelement entfernt worden. Stattdessen lud ein großes Schild ein. Freiraum statt reichen Labore. Herzlich willkommen und Eintritt frei. Frieda entdeckte Nermin und ging ihr entgegen, als sie auf die Baustelle kam. Sie kannte den Polizeioberkommissar schon, der in der Mitte der Hierarchie des Polizeipräsidiums angekommen war und kleine Einsätze wie das Vorauskommando aus den drei Streifenwagen am Morgen leitete. Er erläuterte Nermin, was bisher geschehen war. Ihre Einheit hat also bisher keinen weiteren Kontakt zu den Besetzis aufgenommen? Nein, sollten wir auch nicht. Wir sichern nur ab, dass keine weiteren Demonstrantis aufs Gelände kommen und keine weiteren Barrikaden errichtet werden. Und die Personen, die sich hier aufhalten? Die sind alle technisch fixiert oder könnten das schnell tun? Der Uniformierte zeigte auf die Personen auf den Dächern und Mauern. Einige liefen oder kletterten noch frei herum. Sehen Sie die Ketten an Handgelenken oder Hüften? Damit können die sich blitzschnell anketten. Die, die wir angesprochen haben, taten genau das. Nermin nutzte ihr U-Pad, um sich Vergrößerungen vom Geschehen auf den Monitor zu holen. Die Ketten waren gut sichtbar. Wahrscheinlich waren alle darauf eingestellt, bei sich nähernder Polizei diese sofort zur Selbstbefestigung zu nutzen. Nermin sprach die beiden Personen am Betonblock auf der Rampe an. Guten Tag, Kriminalpolizei. Sie befinden sich hier auf fremdem Gelände. Das erfüllt den Straftatbestand des Hausfriedensbruchs. Doch das schienen die gar nicht zu beeindrucken. Sie beachteten Nermin gar nicht. Die ging noch einen Schritt näher und rief jetzt lauter. Hallo, Sie begehen hier Hausfriedensbruch. Eine Person schaute betont gelangweilt wirkend zu ihr auf. Wie kommen Sie darauf? Da vorne werden doch alle Menschen extra willkommen geheißen. Wie, Sie meinen dieses alberne Schild? Keine Antwort. Das habt Ihr doch selber dahin gehängt. Was Sie alles wissen. Wie soll das denn sonst dahin gekommen sein? Nermin war sauer über die flapsige Antwort. Und welch Zufall, dass es genau jetzt da hängt. Angesichts dessen, dass Sie ständig irgendwelche Wahrheiten verkünden, ohne irgendwas überprüft zu haben, gehen wir mal davon aus, dass Sie von der Polizei sind. Ihre Tatsachenbasteleien sind uns aber egal. Sie werden das halt vor Gericht beweisen müssen. Nermin stockte der Atem. Das war nicht nur frech, sondern ganz schön abgeklärt. Und Recht hatten die auch noch. Wahrscheinlich würde das nie jemand nachweisen können. Dann war es auch kein Hausfriedensbruch. Milana hatte zunächst mit Frieda gesprochen und klärte jetzt das weitere Vorgehen mit Nermin. Dann verbannt sie sich mit den Teilzeitkollegis in der Dienststelle. Klären Sie doch bitte mal mit dem Bauträger alles ab, zum Beispiel ob geräumt werden soll. Vielleicht kommen die ja auch besser hier raus, dann ließ er sich das in Ruhe bereden. Die Räumungsteams sollen sich schon mal bereit machen. Sollen die auch rauskommen? Nein, erstmal mit den Hausrechtsinhabis abklären. Aber das sieht hier schon recht anspruchsvoll aus. Vielleicht ist es gut, wenn die Stabsleities hier die Lage checken. Ich denke, die werden eine Menge Spezialeinheiten brauchen. Gut, gebe ich weiter. Ende. Unruhe macht sich breit. Marvin kaute an seinen Fingernägeln. Das war keine nette Nachricht. Er hatte der Polizei zugesagt, möglichst schnell zum Ort des Geschehens zu fahren. Zunächst wollte er aber noch das zugesagte Interview führen. Das war jetzt gerade vorbei und Marvin überlegte sich, ob es schlau war, sich so unbeherrscht zu zeigen. Mehrfach hatte er die Aktivistis als Kriminelle und Maschinenstürmis bezeichnet, die keine Ahnung vom Thema hätten. Ihre Vorwürfe unsauberer Geschäfte seien nicht haltbar. Was ist, fragte Karin irritiert, als sie Marvin so herumsitzen sah. Ich weiß nicht, zuckte er mit den Achseln. Irgendwie bin ich unzufrieden. Auch mit uns, dass wir den Heißspornen nichts Richtiges entgegensetzen können. Wieso sollten wir? Die krakehlen doch nur herum. Schon. Aber sie gewinnen damit auch Sympathien. Vor allem, wenn sie länger dort bleiben und sich ausbreiten können. So wie in Leipzig, meinst du? Ja, die servieren da inzwischen öffentliches Essen. Die haben da irgend so einen komischen Namen für. Küfer. Von Küche für alle. Aha. Letztens gab es sogar ein Konzert. Alles auf unserer Baustelle. Ich glaube, es hackt. Lass dir nicht die Laune verderben. In Wissenschaftskreisen sind wir unangefochten. Das Geld fließt. Darauf kommt es an. Und warum räumt die Bio-City diese Leute nicht? Vielleicht ist das schlau. Eine spektakuläre Räumung käme nochmal in die Medien. Wenn die irgendwann von selbst gehen, weil ihnen langweilig wird oder das Wetter mal schlechter ist, wäre es das bessere Ende. Jedenfalls für uns. Meinst du, wir sollten die hier auch auf der Baustelle lassen? Hm. Die stehen da ziemlich sichtbar. Das ist schlechter als in Leipzig. Aber vielleicht fällt uns was Besseres ein als Räumung. Aushungern? Zum Beispiel. Marvin machte sich auf den Weg. Gemeinsamer Jubel Auf der besetzten Baustelle in Leipzig wurde gefeiert. Die Nachricht von der zweiten gelungenen Besetzung hatte die Aktivistis erreicht. Oben vom Turm drang Lautsprecherdurchsagen über das Bio-City-Gelände. Rolf stand neben dem Bauplatz und zählte die Aktivistis. Es waren ungefähr so viele wie tags zuvor. Auch die ihm bereits bekannten Gesichter fand er überwiegend wieder. Er begegnete ihnen mehrfach am Tag, denn das Bio-City-Management hatte entschieden, die Besetzung zu ignorieren. Das Gründerzentrum und andere Gebäude blieben tagsüber offen wie vorher auch. Der Betrieb ging weiter, aber die Aktivistis nutzten das auch, um die Toiletten zu besuchen, sich Wasser zu holen oder in einem Fall sogar, um in einen unbewachten Raum zu gehen und dort die eigenen Flugblätter zu kopieren. Seitdem war der Wachdienst angewiesen, die Wege der Aktivistis im Gebäude über die angebrachten Videokameras zu beobachten und das Betreten aller Räume außer den Toiletten zu unterbinden. Über den Lautsprecher auf der Turmspitzer übertrugen die Aktivistis eine kleine JUPED-Konferenz zwischen Beteiligten beider Besetzungen. Zudem verkündeten sie, dass das Gespräch auch vom Baukran in Charlottenburg herunter auf der Baustelle und der angrenzenden Straße zu hören wäre. Baustellenbesichtigung Obwohl Marvin per JUPED informiert war, wie die Besetzung am gläsernen Labor aussah, erschrak er doch, als er vor Ort aus dem E-Taxi ausstieg. Vor dem Zaun hatte sich eine kleine Demonstration gebildet, die von der Polizei auf Abstand zum Eingang gehalten wurde, wo immer noch die angekettete Person den Zugang versperrte. Durch die Uniformierten, die sich in der Nähe aufhielten, sah Marvin das Gesicht einer schon etwas älteren Frau. Neben ihr stand eine Jüngere, die offenbar nicht angekettet war. Eine Polizeibeamte drehte sich zu ihm um. Bitte bleiben Sie auf dem Fußweg, das Gelände hier ist nicht öffentlich. Ich weiß, ich bin der Geschäftsführer der Firma, die hier einmal forschen wird. Das, ach so, Entschuldigung, des Uniformierten ging in einigen Rufen der Umstehenden unter, die Marvin nun mit kritischen Sprüchen anging. Die Uniformierten drängten sie einige Meter zurück. Was ist denn Ihr Anliegen? Ich bin gebeten worden, vor Ort zu erscheinen. Schließlich sind ja wohl einige Entscheidungen zu treffen, die mich als Organisator der zukünftigen Einrichtung etwas angehen. Ja, das wird wohl so sein. Bitte, Sie können selbstverständlich aufs Gelände gehen, um sich um Ihre Angelegenheiten zu kümmern. Richtig viel Hochachtung entdeckte Marvin weder in Betonung noch im Blick des Uniformierten. Wer steht da neben der angeketteten Person? Eine Begleiterin. Wir haben ihr erlaubt, da zu bleiben. Solange wir noch nicht räumen, macht es keinen Sinn, die Situation zu eskalieren. In der Tat, die Lage wirkte ruhig, fast entspannt. Marvin ging auf das Gelände. Er war einige Zeit nicht mehr hier gewesen und interessierte sich somit nicht nur für die Aktivistis, die überall verteilt ihre Stellungen bezogen hatten. Auch den Fortgang der Baustelle wollte er bei dieser Gelegenheit begutachten. Das Ergebnis beruhigte ihn. Die Arbeiten waren gut vorangekommen. Da dürfte eine kurze Episode der Besetzung kein Problem darstellen. Er lernte den Streifen Polizeiführer Frieda kennen, der weiter auf dem Gelände stand und die Abläufe beobachtete. Ist irgendwas kaputt? Soweit wir das bislang gesehen haben, nicht? Marvin war erleichtert. Verglichen mit dem, was er von den Zerstörungen aus Gelsenkirchen mitbekommen hatte, war das hier eher harmlos, aber spektakulärer. Marvin sah zum Zaun, hinter dem sich immer mehr Menschen versammelten. Schaulustige, Demonstrantis, Bauarbeitis, die ihre Arbeit heute nicht verrichten konnten, und die Uniformierten, deren Zahl mit der der Demonstrantis wuchs. Vielleicht ist es ja ganz nützlich, nahm Frieda den Gesprächsfaden wieder auf, wenn Sie das mit Ihrem Wissen mal überprüfen, also ob Sachen beschädigt sind. Das hätte Marvin ohnehin gemacht. Ich kenne aber auch den letzten Stand nicht genau. Vielleicht sollte die ja Bauleit hier mitgehen. Ja, machen Sie das. Aber es dürfte besser sein, wenn Sie das nicht einfach so allein machen. Meine Kollegis vom Dezernat für Wirtschaftskriminalität sind vor Ort. Sie sollten das mit denen abklären. Frieda zeigte auf Melana, die an der Öffnung zum Erdgeschoss stand. Dort, wo wohl später einmal der Eingang zu finden sein würde. Ja, danke, verabschiedete sich Marvin, suchte zunächst den Bauleitie und begab sich dann zu der Stelle. Melana fand er dann im Inneren des halbfertigen Gebäudes. Das ist gut, dass Sie kommen. Können Sie mit uns prüfen, ob es hier Sachbeschädigungen gegeben hat? Ja, gerne. Ich wäre sowieso herumgegangen. Dann passt es ja. Wobei ich darum bitten muss, dass Sie alles mit uns klären. Wir sind noch dabei, Spuren zu sichern und wollen unsere Kollegis nicht durcheinander bringen. Klar. Moment. Melana peilte Nermin mit dem U-Pad an, um diese am Rundgang zu beteiligen. Wenig später waren sie zu viert ein Stockwerk höher angekommen und schauten von dort auf das Baugerüst an der Außenwand, auf dessen oberer Ebene sich zwei Personen befestigt hatten. Auch im Gebäude begegneten sie auf der oberen, bereits fertiggestellten Ebene mehreren festgeketteten Aktivistis. Hm. Ich sehe nichts, was verschwunden oder zerstört ist. Halt außer den Enquete-Vorrichtungen, beruhigte dir Bauleiti die anderen. Na, das ist doch was Gutes, oder? Was mich wundert ist, wie zielgenau die solche Punkte blockiert haben, wo es heute und in den nächsten Tagen mit dem Bau weitergegangen wäre. Vielleicht haben die die Baustelle länger beobachtet. Keine Ahnung. Die Baupläne sind eigentlich nicht öffentlich. Könnte es sein, dass irgendje Mensch sowas ausplaudert? Das müssten Sie eigentlich besser wissen als ich, befand Nermin und schaute Marvin an. Sie wirken beunruhigt. Haben Sie irgendwelche Verdachtsmomente? Nein, aber... begann Marvin zögerlich. Ich überlege, was es mit einigen komischen Anrufen auf sich hatte in den letzten Tagen. Was waren das für welche? Journalistis. Das ist nichts Ungewöhnliches, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke... Es sind gar keine Zeitungstexte erschienen in den letzten Tagen vor der Besetzung. Jetzt sagen Sie nicht, die haben Sie gefragt, wie es so auf einer Baustelle vorangeht. Doch, genau das. Komisch, nicht? Wie Mensch es nimmt. Mittlerweile überrascht es mich nicht mehr. Melana schloss an Nermin an. Lassen Sie uns alle Stockwerke abgehen und sagen Sie uns bitte, was wo geplant ist bei der späteren Nutzung. Dann können wir das auch nachvollziehen. Eine gute Stunde später waren die vier wieder draußen. Außer weiter anwachsenden Menschenmengen vor dem Zaun hatte sich wenig verändert. Wie geht es weiter? fragte Marvin. Das entscheiden nicht wir, antwortete Melana. Wieso nicht? Die Eigentümer müssen klären, ob Sie die Besetzung dulden oder räumen lassen wollen. Aber das ist doch keine Frage. Wir wollen weiterbauen. Es ist schon teuer genug. Ja, sag ich doch. Sie entscheiden. Wir setzen Recht durch. Und Recht ist in diesem Fall natürlich vor allem das Recht des Eigentums. Aber Sie hätten doch schon längst räumen können. Nein, es ist keine Gefahr im Verzug. Daher warten wir auf Ihre Entscheidung. Sind Sie Eigentümer? So quasi. Eigentlich ist es eine Gesellschaft der Stadt Berlin. Aber wir haben das Hausrecht übertragen bekommen. Vielleicht können Sie es sicherheitshalber noch einmal rückklären und uns dann umgehend Bescheid geben. Wieder ergänzte Melana. Nur wenn Sie gegen die Besetzis vorgehen, zum Beispiel eine Anzeige erstatten und sagen, dass Sie wünschen, dass geräumt wird, werden wir das in die Wege leiten. Okay. Verstanden. Ist ja in Leipzig auch so. Ohne Anforderung der Grundstückseigentümer passiert nichts. Ja, das ist ja auch schon seit einigen Tagen so. Richtig. Daran können Sie es sehen. Gut, ich kläre das. Jedenfalls, wenn geräumt werden soll. Eine Strafanzeige führt dazu, dass wir die Personalien feststellen. Ohne all das passiert nichts. Aber bedenken Sie für eine Räumung auch, von jetzt auf gleich geht das nicht. Was heißt das? Sie sehen doch selbst, dass wir es hier mit keiner Anfängietruppe zu tun haben. Ich kann da doch nicht einfach raufklettern und die runterholen. Marvin schaute hoch zum Kran. Aber keine Angst, ich rede nicht von Tagen, sondern von Stunden. Die Spezialkräfte sind schon informiert und halten sich bereit. Ich würde aber empfehlen, das heute nicht mehr anzugehen. Die Zeit wäre knapp und im Dunkeln ist alles schwieriger. Außerdem, ergänzte Nermin ihre Kollegin, soll die Nacht kühl und regnerisch werden. Vielleicht löst sich das Problem auch einfach von alleine. Marvin schaute wieder nach oben, wo aus Planen inzwischen eine Art Plastikhöhle um den Ausleger entstand. Dann ließ er seinen Blick in die Runde der Baustelle schweifen. Also, das heißt, wir warten jetzt eine Nacht ab und schauen, ob die den Ort selbst verlassen, oder? Ja, ich glaube, vorerst können wir da sonst nichts machen. Marvin zögerte ein bisschen. Die Sache war ihm nicht angenehm. Weder die Vertagung noch die Aussicht, morgen dann doch räumen zu müssen. Dann bin ich hier wohl nicht mehr nützlich, oder? Im Moment nicht. Aber halten Sie sich morgen früh bereit. Sie üben das Hausrecht aus und müssen formal die Personen vom Gelände weisen. Erst dann können wir eine Räumung einleiten. Echt? So kompliziert? So ist das eben rechtlich geregelt. Ich will es jetzt nicht darauf anlegen, denen auch noch Angriffspunkte zu bieten. Das ist, denke ich, auch in Ihrem Interesse. Verstehe. Sollte kein Problem sein. Wir geben Ihnen dann morgen Bescheid, wie die Lage hier so ist. Und wir bleiben mit ausreichenden Kräften vor Ort. Danke. Dann alles Gute bis dahin. Gleichfalls. Marvin ging. Alles, was Ihnen wichtig war, lief wie geschmiert. Aber freuen, das klappte nicht. Was so ein paar Menschen für eine Störwirkung ausüben konnten, wenn sie gezielt agierten. Im Büro schaute Marvin die News durch. Die Besetzung war mit langen Texten und spektakulären Fotos oder Filmen überall im Netz. Die U-Pet-Interviews mit ihm fand er nirgends. Dummerweise hatte er sich weder Namen noch Internetadresse notiert. Auch gar nicht danach gefragt. Rolf meldete sich. Marvin, die verteilen hier Flugblätter, auf denen lauter schlechte Sachen stehen. Marvin sah fast zeitgleich den Scan auf dem U-Pet. Ja, den kenne ich schon. Haben die hier auch verteilt? Sie sprachen über die Lage vor Ort. Bio-City hielt sich immer noch zurück. Sollen wir uns um Zwischenlösungen kümmern, wenn sich der Bau dadurch doch verzögert? Ich denke nicht. Irgendwie komme ich noch eine Weile mit dem Provisorium klar, dass wir viel bei euch machen. Aber irgendwann fliegt das doch auf. Glaube ich nicht. Bisher hat noch niemand der Geldgebes hier irgendwas mal nachgefragt oder nachgeprüft. Bei euch? Nö. Marvin trieb aber noch eine weitere Frage um. Hast du eigentlich irgendeine Idee, wie die das hinbekommen haben? Was? Na, diesen Zeitpunkt so genau zu treffen und alles völlig ungestört aufzubauen? Nein, da gibt es überhaupt keine neuen Erkenntnisse. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Das Gelände war doch eigentlich bewacht und der Baubeginn nirgends bekannt. Ja, sehe ich auch so. Was denkst du? Gar nichts. Das ist ja das Schlimme. Meinst du, es könnte U-Boote geben? Also vielleicht bei uns selbst? Kann ich mir nicht vorstellen. Beide schwiegen. Und die Bewachis? Kenne ich nicht näher, habe die aber nie groß mit anderen Leuten reden gesehen. Das müssen die ja auch nicht während des Dienstes machen. Stimmt schon. Du hast jedenfalls mit niemanden geredet, oder? Nein? Warum sollte ich? Natürlich gibt es mal so Kontakte mit anderen Instituten aus dem Haus und immer mit denen, die am Labor partizipieren wollen. Die wussten das natürlich. Klar, aber warum sollten die ihr eigenes Labor blockieren? Die haben ja das gleiche Interesse wie wir. Logisch. Die kommen nicht in Frage. Aber da könnte es auch U-Boote geben. Kann sein. Aber auch das weiß ich dann nicht. Sonst nichts? Fällt mir nicht ein. Vielleicht irgendwelche komischen Journalistis, die sich plötzlich für den Baufortschritt interessierten? Stimmt, erinnerte sich Rolf nun. Das gab's. Irgendwann hat mal eine Reportie angerufen, die er beim Baustellenstaat Fotos machen wollte. Därm habe ich das, glaube ich, gesagt. Marvins Hirn arbeitet. Lass mich raten. Dir ist da nicht gekommen. Weiß ich gar nicht. Zu mir jedenfalls nicht. Aber es war ja besetzt und ganz viel Trubel, als eigentlich der Baubeginn sein sollte. Das passt zusammen. Was passt? Ich hatte auch vor kurzem einen solchen Anruf. Sogar mehrere. Einer gleich für ein komplettes Interview. Aber das ist nie irgendwo erschienen. Business as usual. Am folgemorgen fuhr Marvin direkt zur Baustelle. Es war enttäuschend. Gar nichts hatte sich verändert. Noch immer saßen überall Menschen auf Mauern, Dächern, hingen zusammen mit ihren großen Spruchbändern und dem Lautsprecher am Kran oder festgekettet in der Betonpyramide. Einzig die Blockade am Eingangstor war inzwischen beendet worden, damit Fahrzeuge ungehindert auf das Gelände gelangen konnten. Die Zahl der Demonstrantis war deutlich kleiner als am Nachmittag des Vortages. Aber neben den Menschen war inzwischen ein kleines Zelt, ein Tisch mit verschiedenen Informationsschriften und ein transportables Touchscreen aufgebaut worden. Marvin blieb eine Weile stehen und schaute auf den Bildschirm. Kritische Texte wechselten mit Bildern, der besetzt hieß, auf der Baustelle hier und in Leipzig. In beiden Städten waren Interviews aufgezeichnet worden. Marvin erkannte einige der Menschen, die jetzt da in den Anket-Vorrichtungen hingen oder neben ihnen saßen, bereit, sofort die Schlösser zuklicken zu lassen. Auf der Baustelle traf Marvin wieder auf Frieda. Moin! Na, gleiche Schicht? Jo, alles wie gestern. Scheint bei den Störigs da ja auch der Fall zu sein. Naja, die haben sich noch ein bisschen gemütlicher eingerichtet. War ja auch nötig bei dem Regen. Marvin schaute hoch zum Kran, wo die Planen jetzt vollständig um den Ausleger gewickelt waren. Die vorher frei hängenden Hängematten waren so vor Regen und Wind einigermaßen geschützt. Dann werden wir räumen müssen. Wenn Sie das wünschen, geben wir das durch und es geht los. Ja, ich bitte drum. Das Einverständnis der städtischen Bodengesellschaft habe ich auch eingeholt. Gut. Wollen Sie auf dem Laufenden bleiben? Ja, auf jeden Fall. Ich bleibe einfach hier. Wenn Sie meinen. Das kann aber schon noch dauern. Was heißt das? Achselzucken. Schneller als zwei Stunden habe ich das noch nie erlebt. Oh. Deshalb sage ich das ja. Sie können mir Ihre Nummer geben, dann rufe ich Sie an, wenn es soweit ist. Ja, wäre nett. Die Bauleitung hat aber auch die Überwachungskameras wieder in Gang gesetzt. Ich kann das Geschehen online mitverfolgen. Das ist gut. Ja, ist besser, wegen der Presse. Die rufen eher uns an. Sie tauschten die Daten aus und Marvin wandte sich Richtung Zufahrt. Im Weggehen hörte er noch, wie Frieda eine Einsatzgruppe informierte, dass die Räumung gewünscht sei. Ich drücke die Daumen, dass alles schnell geht, rief Marvin ihm noch zu und meinte es nett. Doch Frieda reagierte nicht so, wie Marvin das erwartet hätte. Nur die Ruhe. Wir machen unseren Job nicht schneller, wenn es den Reichen hilft. Marvin blieb stehen. Das überrascht mich jetzt doch. Sie sind doch sicher Beamter des Landes Berlin-Brandenburg. Also direkter Nutzenieser der politischen Lage. Ja, ich will mich auch nicht beschweren. Dann sollten Sie hinter dem stehen, was Ihr Arbeitgeber als politischen Willen umsetzt. Ich tue das ja auch. Sehen Sie doch. Es klang weiterhin wenig begeistert. Vielen Dank dafür, wusste Marvin auch nichts besonders Gehaltvolles zu sagen. Dafür setzte Frieda seinen Gedankengang noch fort. Ich habe aber auch meine persönlichen Ansichten. Was heißt das? Ich muss nicht alles gut finden. Marvin platzte der Kragen. Machen Sie Ihren Job. Dafür werden Sie bezahlt. Eine Beamte aus Friedas Gruppe mischte sich ein. Lassen Sie doch das Debattieren sein und machen wir alle unseren Job. Wir hier und Sie halt irgendwo anders. Wir schützen Recht und Ordnung auch für Minderheiten, reizte Frieda Marvin weiter. Der ging einige Schritte weiter. Was verstehen Sie schon davon? Genug, um zu wissen, wem das hier nützt und wem nicht. Für Leute wie Sie würde ich das auch nicht wirklich machen. Wütend verschwand er durch die Lücke im Zaun Richtung E-Taxis. Nach einem längeren Telefonat mit Rolf und Rücksprachen in einer kurzen, schnell einberufenen Strategierunde bastelten Marvin und Ajit an einer Pressemitteilung zu den zwei Besetzungen. Beide waren sich einig, nicht länger stillzuhalten. Die Besetzungen waren eine offene Herausforderung und die Deeskalationslinie von BioCity gefiel ihnen nicht. Pressemitteilung zu den Laborbesetzungen in Berlin und Leipzig Innovation in der Humangenetik brauchen Plattformen. Rechtsbrüche dürfen kein Mittel der Auseinandersetzung sein. Berlin, Leipzig Die BioGeronto GmbH ist ein humangenetisches Forschungsinstitut, welches Dienstleistung rund um die Entwicklung, Analyse und Bewertung von alterungsbegrenzenden Modifikationen am menschlichen Körper und Genom anbietet. Das Leistungsspektrum reicht von Grundlagenforschung und Lehre über Beratungsleistung bis zu molekular-biologischen Manipulationen und Inhaltsstoffanalysen im Labor. BioGeronto hat zurzeit zwölf Mitarbeitis. Allein in den letzten Wochen wurden fünf neue Arbeitsplätze geschaffen. Bei allen Laborverfahren führt BioGeronto regelmäßig umfangreiche Überprüfungen der molekular-biologisch veränderten Zellen durch, um eine Gefährdung von Umwelt- und Verbrauchis durch diese Zellen auszuschließen. Auch dafür ist Forschung notwendig. Alle in Berlin, Charlottenburg und der BioCity in Leipzig geplanten neuen Einrichtungen werden von den zuständigen deutschen Behörden geprüft. Die Besetzung der beiden Baustellen soll die Forschung an Innovationen für die Humangenetik verhindern. Sie stellt einen klaren Rechtsbruch dar. Eine kleine Gruppe greift zu illegalen Mitteln, um ihre eigenen Vorstellungen durchzusetzen. Rechtsbrüche dürfen auch in einer kontroversen Auseinandersetzung nicht geduldet werden. Der Betreiber der Versuche, die BioGeronto GmbH, sieht in den Baustellenbesetzungen die Verhinderung einer objektiven Forschung zur Humangenetik. Wir verurteilen die Besetzung, da es sich um eine illegale und gewalttätige Tat handelt. Nach einiger Debatte über den Text wies Ajit sein Touchscreen an, die Mitteilung an alle im eigenen Medienverteiler vorhandenen Adressen zu versenden. In der Hoffnung, damit eine kämpferische Position gegen die kriminellen Aktionen setzen zu können, trennten sich Marvin und Ajit. Der Alltag holte sie wieder ein. Während draußen die Räumung der ersten Baustelle näher rückte, widmete sich Marvin wieder dem, was Tag für Tag seine Arbeitsliste dominierte. Förderanträge, neue Quellen recherchieren, Anträge formulieren, Nachfragen bearbeiten, direkte Gesprächskontakte aufnehmen und schließlich Berichte und Abrechnungen verfassen. Abwarten Auf der Baustelle war einige Stunden wenig passiert. Frieda hielt die Stellung, was aber nicht viel mehr war, als auf dem Gelände herum zu spazieren und die Aktivitäten zu beobachten. Vor der Einfahrt gab es ab und zu kleine Rangeleien. Die Zahl der Demonstrantis nahm im Laufe des Tages wieder zu. Etwas gelangweilt hatte sich Frieda per Juppet im Internet die Presseberichte zur Besetzung angeschaut, als er einen Stupser in den Rücken erhielt. Die kommen erst heute Nachmittag. Frieda fuhr herum und sah Nermin, die auf die Baustelle gekommen war, um die dortigen Polizeieinheiten über die Absprachen in der Zentrale zu informieren und die nötigen Vorbereitungstätigkeiten zu koordinieren. Wer die Das Höheninterventionsteam mit den Kletterries, um sie darunter zu bekommen. Was ist mit der Feuerwehr? Können die das nicht auch? Haben wir angerufen? Die wollen nicht. Was? Die wollen nicht? Wo gibt's denn sowas? Das können sie schon machen. Die müssen nur kommen, wenn eine Gefahr besteht. Und das ist hier eigentlich nicht der Fall. Das stimmt. Dient alles nur den Geldsäcken. Hey! Vergiss nicht, dass unsere Aufgabe hier die rechtliche Bewertung der Situation ist und nicht die politische. Pause. Aber falsch ist es nicht. Die Feuerwehr hat das auch so ausgedrückt. Die meinten am Juppet, dass sie keine Hilfstruppe für Reiche sind. Eigentlich ganz gut, dass es noch Menschen gibt, die Nein sagen, wenn die Reichen rufen. Na, Frieda, stichelte Nermin, du wirst wohl auf deine alten Tage noch politisch. Frieda lächelte. Er war mit seinen Zweifeln nicht allein. Dann ging er zu den Beamtis seiner Einheit, um angesichts der Verzögerungen die weiteren Aufgaben auf der Fläche und die Frage möglicher Überstunden zu klären. Sie hatten Glück. Als gegen 16 Uhr die ersten Spezialeinheiten zur Räumung eintrafen, waren Frieda und seine Truppe schon weg. Eine neue Schicht hatte die allgemeinen Bewachungsaufgaben übernommen. Am Eingang mussten Demonstrantis zur Seite getragen werden. Sie blockierten die Zufahrt und verzögerten so den Räumungsbeginn. An der angeketteten Person hatten schon vor einigen Stunden Spezialeinheiten mit der Räumung begonnen. Die Kette lief durch die am Boden stehende Betonpyramide zu einem zweiten, eingegrabenen Block. So konnten Person und Block nicht einfach beiseite gehoben werden. Der Block wurde an einen Kran gehängt, dann der Boden vorsichtig abgetragen, um die Verbindung zwischen den Blöcken zu trennen. Das allein reichte allerdings nicht, weil nun im Inneren des oberen Blocks ein zweites Schloss zuglickte und Block und Person schließlich doch nur mit Kran und direkten Wegtragen zur Seite geschafft werden konnten. Nach knapp sechs Stunden war der Weg auf das Baustellengelände frei und die technischen Einheiten der Berliner Polizei konnten ihre für Räumung üblichen Gerätschaften aufs Gelände fahren. Hubwagen, zwei Minikopter, ein Transporter voll Klettermaterial, viele Begleitfahrzeuge mit Funk- und Flutlichtmasten, eine mobile Küche, einen Sanitärwagen, drei Rettungsfahrzeuge sowie etliche Transporter voller Beamtis in den schwarzen Uniformen der Sondereinsatzkommandos. Zwei gefangenen Transporter folgten, begleitet von lauten Rufen der kurz zuvor weggetragenen Protestierenden. Die standen nun beidseits des Eingangs und rüttelten am Zaun, schrien Parolen, sang Protestsongs oder schossen Feuerwerkskörper in die Luft. Innen, geschützt vom Zaun und von den auf dessen Innenseite postierten Uniformierten, begannen das Höheninterventionsteam und andere Spezialtruppen ihre Vorbereitung. Zwei Flutlichtmasten wurden aufgerichtet. Angesichts der fortgeschrittenen Tageszeit war die Räumung kaum noch in der Helligkeitsphase zu schaffen. Nermin richtete sich auf einen langen Abend ein und dachte ein bisschen neidisch an Frieda und seine Truppe, die noch rechtzeitig den Absprung geschafft hatten. Wenigstens versprach der Abend interessant zu werden. Räumung Gut eine Stunde später traf er in Charlottenburg ein. Zwei Kollegis waren ebenfalls schon dort, einige Minuten später seine Truppe komplett. Was geht? fragte er den Einsatzleid der Gruppe, die er nun ablösen sollte. Siehste doch, antwortete Dier und zeigte zum Baukran. Das haben die gar nicht mehr angefangen, weil der Rest so lange dauerte. Frieda schaute auf die Dächer und Mauern des halbfertigen Gebäudes. Die sind alle weg? Ja, hat aber gedauert. Es folgte ein Bericht über den stundenlangen Einsatz von Sägen, Schlagbohrern, Hämmern und vielen schwitzenden Beamtis, die die neuen Mauern und Betonböden durchlöcherten, um nach und nach die darin festgeketteten Personen zu befreien. Die mussten mehr kaputt machen als die Besetzis. Alle waren heil aus der Räumung herausgekommen, obwohl einige der Personen sehr schwer loszumachen waren. Die Rettungskräfte mussten nur die üblichen Checks machen. Das klappte alles direkt vor Ort, dann konnten Uniformierte die Aktivistis mitnehmen. Sind die noch in Haft? Weiß ich nicht. Uns informiert hier ja niemand. Die beiden schlenderten Richtung Ausgang. Was ist das eigentlich? Frieder zupfte an der Uniform des Kollegis. Dort klebten verschiedene weiße Partikel. Haben die euch beworfen? Nein, Frieder bemerkte blanke Wut im Gesicht des Gegenübers. Ich habe ja noch Glück gehabt. Andere hat es doller erwischt, die konnten sich komplett umziehen. Wieso? Da oben, wo die zwei außen an der Mauer festgekettet waren. Die hatten eine Bauschaumdose an der Verankerung ihrer Kette einzementiert. Als wir da drauf stießen, kam das Zeug herausgeschossen. Wie bei einer Explosion. Nee, oder? Frieder wusste nicht recht, ob er sich mitärgern oder doch anerkennen sollte, dass diese Aktivistis Fantasie hatten. Im Vergleich zu den stumpfen Protesten, die er in den letzten Jahren erlebt hatte, war das hier voller Überraschung. Er überlegte eine Weile, ob seine Wahrnehmung der Abläufe auch durch seine Sympathie für das Anliegen der Aktivistis beeinflusst war. Seine Kollegi schimpfte weiter. Ist denn jemand von euch verletzt worden? Nein, zum Glück nicht. Es hatten ja alle Schutzkleidung und Schutzbrillen auf. Aber das hätte auch anders ausgehen können. Im wahrsten Sinne, ins Auge gehen können. Frieder zuckte mit den Achseln. Vielleicht hätten die ja gewarnt, wenn es anders gewesen wäre. Quatsch, die interessieren sich doch für uns nicht. Wer weiß. Willst du diese Chaotis verteidigen? Nein, will ich nicht. Das Gespräch machte Frieder ein wenig verlegen. Aber vielleicht sind die schon ein bisschen anders, als wir es sonst kennen. Ach, egal. Ich wünsche dir einen schönen Tag, hörte Frieder zum Abschluss. Es klang nicht besonders freundlich. Dann übernahm er mit seinen Leuten die Sicherung des Geländes. Noch herrschte Ruhe. Das Höheninterventionsteam war offenbar noch nicht wieder vor Ort. So nutzte Frieder die Zeit, um sich auf der Baustelle umzusehen. Die Löcher, die beim Lösen der Ketten in der gestrigen Nacht entstanden waren, beeindruckten ihn. Offenbar hatten sich die Aktivistis sehr tief in ihnen fixiert. Mindestens immer eine Armlänge. Dort, wo der Bauschaum explodiert sein musste, bestaunte er die Entfernung. Bis zu sieben oder acht Meter entfernt lagen die inzwischen gehärteten Bröckchen in der Umgebung. Soweit mussten sie geflogen sein. Wer dort stand, hatte kaum Chancen, dem Flüssigkunststoff Regen zu entgehen. Milana traf ein. Ich übernehme heute den Dienst, informierte sie Frieder über die Einteilung. Kurz darauf trafen die Bergungs- und Spezialeinheiten der Polizei ein, darunter auch das Höheninterventionsteam. Es folgte eine Lagebesprechung, in der die Klettereinheiten die anderen Führungsbeamtis informierten, in welchen Schritten die Räumung der Personen auf dem Kran erfolgen solle. Die hatten sich bislang noch gar nicht gezeigt. Die Planen waren aber zurückgeschlagen. Inzwischen regierte wieder die Sonne am Himmel, unterbrochen nur von einzelnen Wolkenfeldern. So waren die drei Hängematten zwischen den Stahlstreben gut zu sehen. Darunter hingen mehrere große Transparente. Dort bewegte sich etwas. Eine Person schien die Lage auf dem Boden zu prüfen und rief dann einige für die Polizistis unten unverständliche Worte zu den anderen. Auch die schauten jetzt aus ihren Hängematten hervor. Einige nahmen den Lautsprecher in die Hand, der neben ihrem an einer Stange festgebunden war. Guten Morgen allen Menschen unten auf dem Boden der Tatsachen und beste Grüße von uns Verbliebenen. Wir protestieren weiterhin gegen eine Technik, die das Geld aller verschlingt, aber nur den Reichen helfen wird. Wie ich sehe, sind die Truppen wieder da, die uns hier runterholen sollen. Der Staat wird zeigen, dass er keine Kosten und Mühen scheut, um dem Profitstreben der Wenigen zum Durchbruch zu verhelfen. Die Rede ging noch weiter. Die Beamte's hörten aber nicht länger zu, sondern vertieften sich wieder in ihr Vorbereitungsgespräch. Oben auf dem Kranausleger kletterten alle drei Aktivistis aus ihren Schlafstätten und hängten ein weiteres Transparent auf. Es trug den provokanten Spruch, nicht noch länger Reiche. Offenbar hatten die Aktivistis auf die Sonne und ihre Wärme gewartet, um es in aller Ruhe befestigen zu können. Die Zeit hatten sie. Noch wagte sich niemand zu ihnen in die Höhe. Und wenn es jetzt welche probieren würden, bliebe eine erhebliche Zeitspanne, bis sie ankommen würden. Zuerst gehen die Kommunikationsbeamtis hoch. Die reden noch mal mit denen. Milana und Frieda erfuhren den weiteren Ablaufplan. Wie ist die Absicherung nach unten? Die Rettungswagen sind auf 10 Uhr bestellt, müssten also gleich da sein. Die zwei Minicopter stehen in Bereitschaft. Die sollen aber wegbleiben, bis es wirklich notwendig ist, warf Milana ein. Warum? Wenn die da oben rumfliegen, ist es aus mit jeder Verständigung. Der ganze Lärm eskaliert die Lage nur. Na na, so zart beseitet? Nein, es geht nicht um mich. Es ist unsere Aufgabe, das effizient zu räumen. Ruhiger ist schlauer. Wieso denn? Gewaltschüchtert ein, klappte bisher doch immer. Auch wenn es erstmal einen Aufschrei gibt. Aber das ist nur das Aufbäumen der Verzweifelten. Aber ob das hier auch gelingt, wage ich zu bezweifeln. Wir haben es mit Menschen zu tun, die offensichtlich anderen Strategien folgen. Bislang ist das eine ziemlich kleine Truppe. Wenn wir draufhauen, werden die mehr Unterstützung aus anderen Kreisen bekommen. Die Uniformierten schauten irritiert auf die zivil gekleidete Milana. Solche Gedanken machten sie sich in ihrem Einsatz in der Regel nicht. Milana kam von der fachlich zuständigen Polizeiabteilung. Also widersprachen sie nicht. Aber wenn alle Worte ausgetauscht sind, ist es doch egal. Das können wir dann sehen, antwortete Milana. Ich bin nicht gegen die Minicopter. Aber jetzt noch nicht. Und ich möchte einbezogen werden, wenn es darum geht, sie zu starten. Darauf einigte sich die Runde. Dann versammelte sich das Höheninterventionsteam in der Nähe des Krans, um das genaue Vorgehen zu besprechen. Kurz danach sah Milana die ersten beiden Beamtis den stehlanden Turm empor klettern. Kommunikationsteam stand in großen Buchstaben auf der knallorangenen Weste. Milana ließ sich mit der Zentrale verbinden. Wie viele Inhaftierte sind noch da? Noch vier. Aber die werden auch gleich entlassen. Gut, ich möchte die drei vom Kran selbst vernehmen. Wenn die kommen, wartet auf mich. Geht in Ordnung. Aber beeil dich, damit nicht wieder irgend so ein Gericht, die dazwischen funkt. Wieso? Naja, die waren hier ganz schön gut organisiert. Die gesamte Zeit sind unsere Infoportale damit beschäftigt, Protestschreiben und Anfragen zu sortieren. Beim Gericht haben die sofort Haftprüfungen und Vorführungen beantragt, sodass wir ständig neue Gründe liefern mussten, warum wir die noch festhalten. Und? Habt ihr welche gefunden? Klar, da sind wir ja schon in Übung. Aber anstrengender als sonst war es schon. Wer hat denn da angerufen oder die Texte geschickt? Keine Ahnung. Alles unbekannte Namen. Anwalt hieß? Nein, keine dabei. Seltsam. Das war alles ziemlich neu. Melana musste mehr über die Strukturen dieser Aktivistis herausbekommen. Sie informierte Nermin über den Plan, die Kranbesetzis zu vernehmen und bat sie, dabei zu sein. Oben am Kran war es deutlich kälter. Die beiden Kommunikationsbeamtis zogen sich die Handschuhe an, um ihre klammerwerdenden Finger beweglich zu halten. Es fiel ihnen zunehmend schwer, sich noch sicher zu bewegen. Die doppelte Seilsicherung verhinderte zwar zuverlässig ein Abrutschen und Herunterstürzen, aber schnelles Vorankommen war nicht mehr möglich. Als sie vom senkrechten Turm auf die stehlenden Ausleger wechselten, hörten sie anfeuernde Rufe und Gejohle von den Aktivistis vor ihnen. Die hatten, immer noch viele Meter von den langsam vorankriechenden Uniformierten entfernt, einen vergleichsweise gemütlichen Platz in ihren Hängematten. Wenn ihr hier seid, gibt's einen Kaffee als Belohnung, rief Eini. Dann hörten die Beamtis, Herzlich willkommen auf der Kranbesetzung! Schön, dass ihr euch auch beteiligt! Hast du so etwas schon erlebt? Die Beamte schnaufte beim Reden und hakte das vordere Sicherungsseil zum nächsten Querträger um. Nö, die scheinen sich richtig auf uns zu freuen. Beide blickten hinab. Die Baustelle war recht leer. Hier und da standen kleine Gruppen Uniformierter herum, von oben nur als kleine Figuren zu erkennen. Nur wenige zivilgekleidete Menschen bewegten sich im Bereich der eigentlichen Baustelle. Ob es die beteiligten Ex-Staatsschützis waren, konnten die beiden von oben nicht mehr erkennen. Entlang des Zaunes außerhalb der Baufläche, vor allem am Eingang und nun auch am Punkt nahe des Kranstandortes, kamen immer mehr Menschen zusammen. Von denen johlten ebenfalls einige und riefen Parolen. Meinen die uns? Eigentlich bestand kein Zweifel. Die Polizei wurde von denen bejubelt, die sie von der Baustelle räumen sollten. Sonst werden wir nur angepöbelt und hier angefeuert. Es gab keine Antwort. Das Klettern war anstrengend. Unten am Zaun wurde es hektischer. Zwischen den metallenen Gittern und dem äußeren Ausleger der Kranplattform lagen nur wenige Meter. Einige Luftschlangen hatten sich schon in den unteren Gestängen verfangen. Andere verfehlten ihr Ziel. Der Wind, welcher nur mäßig wehte, trieb sie gemächlich über die vegetationslose, von reifen Spuren durchzogene Fläche. Ajit stand am Rande der Demonstration. Er hatte sich eine beige Latzhose angezogen. Das war in Mode, aber gleichzeitig ein Bezug auf uralte Arbeitikulturen. So war er unauffälliger. Ihn interessierte, wie seine Gegni so dachten und redeten. Zwei Personen, denen er auf Anfrage entlockte, an der Universität zu studieren, hatten ihn über die Ziele der Aktion informiert. Seine Fragen über die dahinterstehenden Organisationen und Personen blieben aber seltsam unbeantwortet. Das muss doch richtig viel Geld kosten, solche Aktionen, oder? Warum? Naja, all dieses Material, die Leute, die mehrere Tage aktiv sind. Und dann gibt es doch hinterher bestimmt noch Gerichtsverfahren, oder? Warum sollte das alles viel Geld kosten? Ich weiß nicht, ich kenne das nicht anders. Okay, das kann sein. Aber warum ist das überhaupt so wichtig? Es kommt doch darauf an, solchen Protest zu machen, oder? Ajit wich aus. Ich dachte halt, ich frage auch mal. Vielleicht könnte Mensch euch ja auch anders unterstützen, als direkt mitzumachen. Ja, geht auch. Aber mitmachen ist wichtiger. Ajit schaute in ein ziemlich einnehmendes Lächeln. Er hatte keine Erfahrung mit Protestkultur. Was er von anderen Ereignissen hörte, klang immer konfrontativer, abgrenzender. Hier wurde er ohne Probleme geduldet. Niemand fragte, wer er sei und was er wolle. Er stand einfach so bei den Protestierenden, die sangen, riefen und eine Zeit lang heftig am Zaun rüttelten. Wahrscheinlich hätte er gleich mit auf den Kran klettern können und niemand hätte gefragt, wer er eigentlich ist. Er ging ein paar Schritte entlang der Straße, zog sein U-Pad und berichtete Marvin von der Lage vor Ort. Wie lange dauert es denn noch? fragte der nach einiger Zeit. Keine Ahnung. Frag doch mal die Polizei da. Hm, lieber nicht, dann bin ich doch enttarnt. Stimmt auch wieder. Ohrenbetäubender Lärm erklang. Ajit schaute zum Kran. Die Kommunikationsbeamtis hatten die Aktivistis erreicht. Mehr war nicht zu sehen. Aber das Ende der anstrengenden Exkursion in die Höhe wurde vom bunten Haufen der Senetikskritikis gebührend gefeiert. Ein Weilchen schaute Ajit dem Geschehen zu, aber von unten ließ sich kaum etwas erkennen. Aus den Gesprächen in der Protestgruppe wusste Ajit bereits, dass jetzt erst geredet würde. Eine Räumung stände erst danach an, wenn sie nötig würde. Zehn Minuten vergingen. Dann griff Melana zum U-Pad. Die kommen nicht freiwillig runter, wir müssen räumen. Ist schon bekannt, haben wir mitgehört. Der Plan steht ja, oder? Klar. Soll also alles gestartet werden? Von hier aus? Ja. Gut, ich halte euch auf dem Laufenden. Das ist gut, aber wir sehen auch einige über eure Kameras. Melana ging auf Frieda zu. Sichern Sie mit Ihren Leuten die Anfahrt des zweiten Krans. Das was? Das Höheninterventionsteam lässt einen Teleskophubwagen heranbringen. Der höher ist als der besetzte Kran. Noch höher? Ja. Dann lässt es sich leichter räumen. Ist für uns ja auch egal. Das entscheidet das Spezialteam. Der Kran steht. Schauen Sie mal da die Straße runter. Am Kreisel rechts und dann wieder gleich rechts auf dem Parkblatt. Sind das schon Einsatzkräfte? Nein. Wir wollten uns nicht zu früh in die Karten schauen lassen. Jetzt soll er aber heranfahren und braucht Schutz. Machen Sie das aber erst etwas unauffällig, sodass er möglichst weit noch unbemerkt kommt. Gut wäre, wenn er es um den Kreisel rum schafft, ohne Störungen. Dann brauchen Sie nur noch diese Straße hier zu sichern. Okay. Frieda stapfte davon. Melana sah zum Kran, wo die Kommunikationsbeamtis wieder den senkrechten Teil erreicht hatten und jetzt die dortige Leiter herunterkletterten. Ihr Gespräch mit den Aktivistis war per JUPED zu Melana, zum Höheninterventionsteam und in die Polizeizentrale übertragen worden. Kurz nach Mittag traf sich die Strategierunde bei Bio-Geronto. Hadjid erreichte das Gebäude mit einigen Minuten Verspätung und erstattete dann Bericht über seine Erlebnisse an der besetzten Baustelle. Die werden immer frecher. Kein Wunder. Die Polizei ist viel zu zurückhaltend. Dass in Leipzig gar nicht geräumt wird, ist ein Fehler. Hast du mal mit der Polizei geredet? Ja, die werden bei ihrer Linie bleiben und alles in Ruhe abwickeln. Was können wir denn tun? Ich habe einige Anwalt hier befragt. Strafrecht und Gefahrenabwehr können wir kaum direkt beeinflussen. Was geht, ist Zivilrecht. Was heißt das? Wir holen uns die Namen und schicken denen dann einzelne Unterlassungserklärungen. Dann droht ihnen ein hohes Strafgeld oder sogar Ordnungshaft, wenn sie es noch einmal machen. Wer setzt das durch? Wenn die die Erklärung unterschreiben und das damit Untersagte trotzdem machen, dann kostet es oder die wandern in den Bau. Was willst du denen denn untersagen? Naja, was wir wollen und begründen können. Zum Beispiel Baustellenbesetzung. Das unterschreiben die doch nicht. Karin lachte auf und schüttelte den Kopf. Dann gehst du vor Gericht und lässt es von denen verhängen. Es gilt dann auch ohne Zustimmung derer, die du von etwas abhalten willst. Aha, kann Mensch das immer machen? Also Jedi einfach von etwas abhalten? Im Prinzip schon. Aber es muss einen Grund geben, anzunehmen, dass die Person das auch machen will. Und wie willst du das beweisen? Es gilt, dass wer etwas schon mal gemacht hat, auch als Wiederholungstätig in Frage kommt. Wir können das also nur bei denen machen, die schon mal nachweislich bei zum Beispiel einer Besetzung dabei waren. Die bekommen einen Brief, erst von uns, dann vom Gericht und dann gilt das. Das ist aber ganz schön nett vom Staat. Lässt er sich bezahlen. Allerdings von denen, die das Verfahren verlieren. Können auch wir sein, oder? Ja, wäre möglich. Aber wir verlangen halt nur, dass sie illegale Besetzungen unterlassen. Das lässt sich nicht verlieren. Karin dachte nach. Dann machen wir das also, oder? Alle nickten. Wer kümmert sich? Ich kann diese Anwalt hier fragen. Die erscheint sich auszukennen. Ja, dann mach. Wir sollten uns hier damit nicht belasten. Die Sache war beschlossen. Die nötige Abklärung klappte sofort. Die im Anwalt hier war sogar ganz recht, alles einfach selbstständig zu machen. Umso mehr würde sie ja daran verdienen. Sollten diese Aktivistis doch bluten. Frieder schreckte auf. Er hatte einige Zeit Gedanken verloren zum Kran hinaufgeschaut, wo die Aktivistis wieder unter sich waren. Jetzt spielte das U-Pet die Anrufmelodie der eigenen Einheit über den Kopfhörer ins Ohr. Hallo Frieder, hier ist Majak. Wir sind am Kranfahrzeug. Mit dem heimlichen Losfahren wird's wohl nichts mehr. Wieso? Es sitzen mehrere Personen vor dem Fahrzeug. Andere auf dem Teleskoparm, wahrscheinlich festgekettet. Oh nein! Was ein Scheiß! Frieder war wütend. Mehr aus dem Gefühl heraus, dass seine Truppe hier irgendwie schlecht aussah. Nermin trat an ihn heran. Haben Sie das gerade gesehen? Was? Als die vorhin am Zaun gerüttelt haben. Ja? Das war genau in dem Moment, als drüben der Kranwagen besetzt wurde. Danach haben sie dann auch ziemlich schnell wieder damit aufgehört. Unglaublich! Frieder spürte sehr deutlich, wie er die Aktivistis zu bewundern begann. Allerdings machten sie gerade ihm das Leben schwer. In diesem Zwiespalt trommelte er weitere anwesende Uninformierte zusammen und zog mit denen zum besetzten Kran. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020